Hallo zusammen, ihr kennt ja wahrscheinlich noch mein letztes Video, ich möchte es dieses Mal nochmal probieren, mit ein bisschen kleineren Bild. Das Bild ist 30 auf 30 cm, das letzte übrigens 40 auf 40, ich habe es glaube ich vergessen zu sagen. Ich werde aber dieses Mal zusätzlich diesen Cell Crater und den Bubble Booster dazu nehmen und kann ich euch gleich mal zeigen, wie ich das anmische. Dann, bis gleich! So Freunde, wer mein letztes Video ja nicht gesehen hat, ich hatte das ja mit Wollfäden gemacht, wo ich drüber gezogen habe, dass ihr es auch wisst. Der Keilrahmen ist diesmal wie gesagt 30 auf 30 cm. Ich möchte das gleich nochmal machen, aber dieses Mal praktisch mit Zellen. So, wie ich das immer mache, und zwar diesen Cell Crater. Zwei, drei, vier, fünf Tropfen mache ich hier rein, weil ich möchte ein paar Farben rein machen. Immer zwei Drittel zu ein Drittel zu ein Drittel praktisch für, also zwei Drittel Cell Crater, ein Drittel Bubble Booster, das reicht. So, von diesem Bubble Booster mache ich dann im Prinzip drei Tropfen rein. Theoretisch reichen zwei, aber ich habe immer gern Spaß, ich mache dann drei rein. Und vermischt das hier drin, dann habt ihr nämlich diesen Cell Crater und Bubble Booster gleich vermischt. Gut, ich werde das in Gold, zwei Tropfen rein machen, in das Preußisch Blau, und ich denke mal in dieses Brillant Grün, zwei Tropfen. Das ist nämlich auch schon leer, das reicht. Gut, kurz umrühren. Also meistens mache ich es in Schwarz und Weiß gar nichts rein. Ich tue trotzdem nochmal um, ich weiß auch nicht mehr viel. Aber das reicht. So. Jetzt mache ich jetzt am besten glaube ich ein Dirty Poring, das hat am besten funktioniert. Lass es aber auch wieder in Schichten reinlaufen, dass es sich nicht zu arg vermischt. So, dann drehen wir mal den Becher. Da dürfte ja ein Becher reichen, bei diesem Bild. Drei vielleicht nochmal. Und oben drauf nochmal, dass es ich brauche, dass es ist blau. So. Gut ist. ich hoffe das reicht aber sicher ist sicher ich bin mir nicht ganz sicher darum mische ich noch mal den rest an was ich noch habe ich glaube es gibt nichts schlimmeres wenn man zu wenig farbe hat so ok dann lassen wir es jetzt mal ein bisschen laufen das war schön wir müssen alles auseinander ziehen das ist doch ganz gut schauen dass wir die kanten ein bisschen zu bekommen wieder an der seite sehe ich nicht aber es sieht gut aus so eigentlich auch schon ein ganz cooles bild geworden ok ihr seht es bilden sich schon einzelne zellen aber das ist mal egal wir nehmen jetzt hier wieder den wollfaden schau mal dass wir den drüber legen und dann ziehen wir mal wieder wie gesagt übungssache mach das jetzt auch zum ersten mal hier fast zu viel finde ich aber gut machen wir die nächste reihe hier hin damit es nicht zu viel gibt vielleicht noch einmal da vorne vielleicht noch einmal da vorne vielleicht noch einmal da vorne so okay okay das sehe ich gerade kommt es ein bisschen durch liegt manchmal auch in diesen billigen rahmen okay ja jetzt vielleicht hier noch einmal rein ziehen kurz aber nicht so groß so ist ja auch cool ups ich mache das gerade noch einmal die andere seite und habe hier fast wie so ein blatt ist auch nicht schlecht gut das war es eigentlich schon jetzt muss ich es kurz erhitzen damit wir mal diesen Cell Crater und diese Bubble Busse nach oben bringen ihr müsst aufpassen nicht zu viel erhitzen weil da kommt ziemlich viel sag jetzt mal vielleicht auch noch stellenweise erhitzen boin fast zu viel schon wieder ich lasse das jetzt so weil es wird noch ein bisschen nacharbeiten da vielleicht noch na diese Feder hier nicht zu viel ja cool nein ich lasse es so ich lasse es jetzt mal für 10 Minuten einwirken und dann könnt ihr es mal von nahem wieder sehen dann seht ihr wie es noch ein bisschen nachgearbeitet hat weil sonst habe ich wieder zu viele Zellen alles klar dann bis gleich bis gleich woher ich bin zurück schauen wir es uns mal von nahem an jetzt erst mal hier hoch ihr seht hier die vielen kleinen Zellen das kann ich euch vielleicht auch nochmal zeigen Ist ja egal, ist ja nur für den Test. Wenn man das nochmal erhitzt, dann bringt dieser Bubble Buster nochmal kleinere Zellen raus. Seht ihr jetzt hier, was hier nochmal kommt? Okay, egal, nur für den Test. So. Hier haben wir hier schöne große Zellen. So, die sind jetzt noch gekommen. Durch das nochmalige Erhitzen. Da kann ich es auch nochmal zeigen. Ich mache es hier einfach mal. Da seht ihr, was dann hier noch kommt. Okay. Jetzt fahren wir nochmal hier hoch. Das ist auch cool geworden. Durch das mit der Schnur ziehen. Also kann man auch mischen, ne? Mit der Schnur-Technik und... Ist auch cool. Und das ist ja dieses Blatt. Das sieht aus wie eine Alge. Okay. Dann war es das schon wieder von mir. Jetzt habe ich natürlich viele Zellen drauf, weil ich es nochmal erhitzt habe. Wollte ich eigentlich nicht, aber ich wollte es euch zeigen. Wie es funktioniert. Und dann war es das von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir einfach wieder in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Bye. Tschüss. 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 Tschüss.